Exo zu kaufen. Ich habe eine Wumpel mit voller Karte. Weißt du das? Mosh, ich suche es immer noch. Warte, warte, wenn die Zumis weniger sind. Aber hier irgendwo ist das. Nicht schießen auf alles. Hier gibt es Exo. Wo denn? Mosh. Ich habe Exo. Schieß nicht auf alles. Mosh, schieß nicht auf alles. Nein. Angriffs. Kobra, komm mit, komm mit. Hier. Aber ich möchte auch. Hinter mir läuft ein frecher Limmel rum. Ich glaube, ich habe den letzten hier hinter mir. Ich möchte noch mehr Waffen haben. Mehr Perks. Ja, aber ihr müsst vorsichtig sein. Den letzten, den ich hier habe, das ist ein roter. Der ist sau schnell. Was ist das denn hier? Exo-Slam, ist das gut? Nein. Das ist das, wenn du in der Luft bist und dann halt runter bist. Ist hier die Kiste hier? Ist das die Kiste? Jawoll. Die Ball habe ich jetzt. Sau gut. Was gibt es denn noch für Exos hier? Mir müsste gleich mal jemand den Zombie abnehmen. Denn ich muss erstmal meine ganzen Perks wieder aufladen. Und ich habe nämlich gerade nichts. Oh fuck. Ja, pass auf. Das ist der Schnelle. Okay. Ich habe Exosanitäter. Was ist das? Das hole ich mir jetzt. Exosani. Ach, das ist wahrscheinlich schneller heilen, ne? Ja, das ist schneller wieder aufheben. Ey, Mosh. Was? Hier bei diesem Heilungsportal, da ist wieder ein Kredit-Terminal. Da kannst du glaube ich Kohle ablegen für die nächsten Runden. Wo denn? Ne, du kannst Kohle abheben, 100. Okay. Ich habe 100. Dann kannst du es bestimmt auch irgendwo einfahren. Chris, komm mal mit. Ja, hier. Wo hast du das denn gerade gesehen? Hier. Geh mal hier rein. Achso, nein, nein. Da kannst du, da kriegst du nur. Oh fuck, fuck. Was denn? Geh mal hier rein. Was ist das? Milch? Schachts? Oder was stand da? Da kannst du dich verstecken für eine geringe Zeit. Da kommen die Zombies nicht rein. Das ist so wie bei Black Ops 2 oben der Kinosaal. Echt? Ich geh da mal rein, warte. Ich geh da mal rein. Oh, ich bin drin. Ich fall tiefer. Ich fall ganz tief. Ach, und hier komm ich wieder raus. Guck mal, wie ich rausgekommen bin. Bei den Exos. Geil. Sehr schön. Gut zu wissen. Nicht schlecht. Da kommen wir mal aus so einer engen, mistlichen Lage. Guck mal, hier ist ein Kistenplatz, Mosch. Mosch, guck mal. Hier, cringe. Hier ist ein Kistenplatz bei den Exos. Ja. Ja. Die sollten wir achten. Also, ich hab jetzt vier Perks. Einen Platz hab ich noch frei. Einen Platz hab ich noch frei. Ich hab drei. Drei hab ich, glaub ich, jetzt. Nein. Ich hab keines, weil durch die Fallen alles verloren. Diese Credit Automaten finde ich cool, die hier rumstehen, Alter. Ja. Dann kriegst du wenigstens mal ein bisschen Kohlen. Hier sind Stacheldrohnen, die nehm ich mit, Alter. Ach ja, cool. Hol ich mir auf. Ne, die kosten 1000, so viel Geld hab ich nicht mehr. So, von mir aus können wir den jetzt töten. Ja. Warte, lass einfach nach vorne gehen, oder? Ja, aber jetzt ist ja ein bisschen schneller. Wir sind nur noch zu dritt, ne? Wir sind nur noch zu dritt. Ja, ja, der andere ist raus. Ey, warum ist mein Ball weg? Auf einmal steh ich ja gar nicht. Steh ich auch nicht. Ja, lass erstmal rausgehen. Hast du irgendwas gekauft, noch ne extra Waffe, oder so? Ich hab keine Ahnung. Ich hatte meine Waffen auf Level 2, auf einmal war die weg. Ich hab zwei Waffen auf Level 2 MG und diese AMR 9. Woran sieht man auf welchem Level die ist? Äh, es steht daneben. Aua. Ach, den. Steht daneben. MK2 steht dann da. Ah, gut, dann hab ich die Pitek auf 3. Sehr schön. Ja, super. Kann ich den da schießen? Komm. Mach ihn glatt, komm. Machen wir hin. Oh, ich geb ja einer draußen. Ja. Besser ist das. Besser. Boah. Ja, also draußen und drinnen, ne? Im Kreis laufen. Scheiß auf Adlas. Scheiß auf Adlas. Wem gehört in die Angriffszone? Mir. Boah, hier. Multiplikator. Passt auch hinten auf. Oh, Achtung. Ja, deswegen ist die Drohne gerade ganz gut. Ich bin voll angefragt. Boah, der slams aber auch gut, Alter. Irgendwas liegt hier, nimm's dir. Tarnung ist das. Jawoll. Sehr gut. Jetzt hab ich Tarnung. Jetzt greifen sie mich nicht an. Oh. Aber was ist das? Oh, mein Exo wird neu gestartet. Scheiße. Boah, Alter. Wie stecken die ein? DNA-Bombe. Boah, er lebt wieder. Sehr gut. Ach, das ist Tarnung. Ach, das hab ich noch nicht eingesetzt. Das setz ich gleich ein, wenn's kritisch wird. Das behalte ich schön für mich. Ja, die Angriffsdrohne räumt gut auf, ne? Ja. Das heißt, wenn's für mich zu eng wird, werd ich einfach die Tarnung nehmen, dann greifen sie mich nicht an. Das war knapp mit den Infizierten hier. Ich will meine Waffe gleich auf Level 3 aufleveln. Puh. Ich muss meine neue Waffe holen. Also, die Pytek auf Level 3 ist echt nicht ohne. Na, die Amelie hab ich. Die ist noch besser. Also, ich hab hier noch drei. Wollen wir einen leben lassen? Ja, ja, ja. Ja, lass mal leben. Ich wollte neue Waffe nehmen. Ich muss meine Waffe aufmodzen. Ey, also einer, wenn's hier rumholt, ist so ein Strom-Zombie. Wo war noch dieser Aufmodztout? Bei euch ist noch einer. Dann mach ich den Stromer hier weg. Gut. Ich suche jetzt erstmal Juggernaut holen. Wenn einer die Kiste findet, ne? Dann mach Bescheid. Ich such den Aufmodzt-Automat. Wo war der noch? Wo war der Aufmodzt-Automat? Aua. Da ist Juggernaut. Aua. Wo war das denn noch, ey? Das ist so verwirrend manchmal, oder? Gehen wir mal hier durch. Der muss doch hier irgendwo gewesen sein. Mosh? Achso, nee. Alles klar. Ich hab ihn. Ich brauch Munition! Hier ist nur die normale Kiste. Ist hier die Waffenkiste, ne? Okay, nee, nee. Ich hab jetzt meine Amelie auf Level 3. Haha. Sehr gut, ey. Ach nee, das war... Oh, sehr gut. Ich such den komischen Drucker. Aber ich find den nicht, Alter. Welchen Drucker? Zum Waffen kaufen? Mir ist die Munition aufgefallen. Ja, ja. Hier, ja, hier. Hier. Ach, das ist wieder hier. Der war grad nicht da. Warte, Zombie kommt. Vorsicht. Komm zurück. Hast du schon gedrückt? Nein, nein, nein. Hast du schon gedrückt? Ja, ja. Hab ich schon. Die Waffe ist noch da. Achtung, warte, warte, warte. Das ist noch schneller. Jawohl, AK-12. AK-12. Ist okay. So, können wir den töten, oder was? Ja, das ist der letzte, ja. Nee. Zwei. Ja, machst du beide, Blatt, komm. Wahnsinn. Sag mal, gucken, wie die Waffe... Aber bringt das irgendwas statistisch mäß? Oder für die... Ist die Waffe stärker, wenn man die aufmotzt, ja, ne? Ja, ja. Ach, jetzt hab ich... Ach, jetzt hab ich... Bis 20? Wahnsinn. So weit? Ich glaube nicht. Ja, ja. Das ist übel. Bis 20 kannst du abweilen. Das ist... Das ist sagenhaft. Ja. Ich werd mich gleich unsichtbar machen. Da wird mir jetzt schon zu spiel. Stromzombies. Stromzombies. Ich hab's gerade gemerkt. Und rote auch noch. Ja, grüne sind auch schon dabei. Auf dem Bus kann man ja auch rauf, nicht schlecht. Die waren mich mal eben unsichtbar. So, jetzt sehen sie mich nicht mehr. Kann ich schön schießen. Uuuuh. Egal, wer das Ding gerade aufgesammelt hat, hat mir gerade den Arsch gerettet. Das war ich. Ich hab noch zwei Granaten. Ich hab noch zwei Granaten davon. Was sind Granaten? Das Insta, meine ich. Ach so, das Insta. Und volle Munition. Die haben mich nämlich gerade übelst eingekesselt. Äh, ich kam nicht mehr raus. Jo, das ist so witzig. Das macht so Spaß. Ja, auf jeden Fall. Besonders, weil aus Erfahrung die erste Map, die rauskommt, ja immer die langweiligste wird. Ja. Boah, du wirst hier einstecken schon. Das ist Wahnsinn. Ja, so gut. Wir sind schon Runde 14, ne? Boah, der Slam ist so gut, wenn sie ganz viel auf einem Haufen sind, ey. Ja, vor allem kannst du die hier schön im Kreis sammeln. Das ist so anhaft. Hier, guck mal. Zack. Kaboom. Wahnsinn. Ach du, wir sind infizierte. Boah, ich bin gleich tot. Wahnsinn. So ein Crawler könnte leben lassen. Ja. Soweit es geht. Aber ganz ehrlich, wenn man diese Exo Jumps nicht hätte, wäre man schon lange tot. Ja, das stimmt. So, dann ist meine Waffe auf Besserung. Lebt noch einer? Ja? Ja, da lebt noch einer. Ja. Sehr gut. Ja, ich kann meine, meine MK haue ich jetzt nochmal eine Stufe höher. Ich brauche erstmal eine andere Waffe. Wo ist denn diese, wo ist denn diese Kiste? Die Waffenkiste, hat die einer von euch gesehen? Äh, die war da wo... Hier, oder? Ne, doch nicht. Ne, komm mal. Hier war die. Achtung, zau mir hinter den Kopf an. Hier ist sie. Warte, ich komm mal. Ja, hier. Geh du gerade, ich lenke meinen ab. Scheiße, wie geht die Munition aus? Ne. Was? Geht? Ne, die haut gerade ab. Die bricht gerade zusammen, jetzt ist sie weg. Ah, okay. Ja, da müssen wir mal eben suchen gehen. Ich muss meine Waffe noch aufleveln. Was sind das hier an der Wand? Oh! Ich hab wohl getan nur die AMR. Kann man den Exo noch irgendwie aufleveln? Ne, nur die 5 Perks kannst du auch sammeln. Hier oben ist noch eine Waffe. Mir fehlt noch ein. Ein Perk fehlt mir noch. Was ist denn das Verhalten, was mir noch fehlt? Weiß ich nicht. Oh, hier kommt es noch. Sind das zwei Zombies, die noch leben? Ne. Ähm. Brauchen wir eben kurz das, äh. Was wollte ich sagen? Wo ist es denn? Hä, bin ich, bin ich jäcki oder was? So, Manners. Da ich aber jetzt mal futtern gehen muss bei der Mutter, ähm, werde ich mich irgendwo in die Ecke stellen und halt notfalls verrecken. Ach, haus ab oder was? Ich hab... Ja, ich muss leider essen gehen. Gibt's auch nicht. Die Mutter hat unten Essen für uns alle gemacht. Gudi. Ja, aber ich setz mich hier in die Ecke, dass ich halt rausgehe aus der Gruppe oder sowas. Also aus der Runde. Chris, wo bist du? Ich will was zeigen. Ja, und ich will mal eben... Wo ist er denn? Also ich lasse einfach an, bis nachher, Jungs, gell? Bis denn. Guck mal, sich hier ab. Ach, da hinten bist du. Ja, ich fühl mich grad nicht mehr so ganz zurecht, aber... Weil ich such den Aufmordsautomaten immer noch. Ne, guck mal. Was hast du da? Makettenwerfer. Ob der was bringt? Wo war der Aufmordsautomaten, Mosch? Hier. Äh, Kiste ist im Übrigen hier. Ach, du bist vorbeigelaufen. Hier ist der Aufmordsautomat. Hier lang. Da ist er doch. Nein. Hier. Nö. Doch, hier. Das ist Kistenautomat. Guck doch mal, Junge. Guck doch mal. Geh mal da dran. Ach, wie... Wie viele gibt's denn? Es gibt ja noch einen. Es gibt ja noch einen. Es gibt drei. Im ganzen Map verteilt. Ah, okay. Boah, wie sieht die denn jetzt aus? Ey, das ist ja richtig hässlich. Mit so'n... Ich hab'n Thermalvisier drauf. Glaubst du das? Das ist ja hässlich. Schaut. Ey, ich brauch ganz schnell Punkte, um das wieder weiter aufzuleveln. Thermalvisier? Wer macht denn sowas? Vom Aussehen her ist die cool, aber Thermalvisier... So, können wir die jetzt... Sollen wir die jetzt töten oder nicht? Jaja, töte mal. Oho, Zwischenrunde. Lass uns... Wohin? Draußen erstmal. Oho, mit Thermalvisier krieg ich ja wahrscheinlich gar nix hin. Die Masel. Gefällt mir bei dem Modus. Wahrscheinlich ne Runde, oder? Na klasse. Runde? Ja. Ja. Doggies. Ja.